Stopp Hasspropaganda. Erst prüfen, dann teilen. Ich unterstütze diese Kampagne, damit Toleranz, Meinungsvielfalt und Demokratie auch in den sozialen Netzwerken und im gesamten Internet eine wirkliche Chance haben. Vor vielen Jahren hat die Weiße Rose einen hervorragenden Kampf geführt gegen Nationalsozialismus und gegen Hasskampagne. Diese Werte von damals sind uns auch heute noch ein Vorbild. Lassen Sie sich nicht beeinflussen von Propaganda, von billiger Meinungsmachung, sondern legen Sie Wert auf Logik, Tatsachen und die Wahrheit.